RAPTURE Das ist Subject Delta. Hinter dieser Maske steckt ein Feind des Volkes. Ohne Seele, ohne Mitgefühl. Er ist eine Bestie, ein Monster. Und als Familie müssen wir ihm den Kiefer zerbrechen und ihn ins Meer zurückjagen. Lemp wird hier alles umkrempeln, um dich zu finden. Bitte halte die Splacer zurück, bis wir entkommen sind. RAPTURE UNTERTITELUNG Danke. Ich muss dich jetzt verlassen und das tut mir sehr leid. Aber ich muss noch anderen helfen, bevor diese Stadt ertrinkt. Dieser Mann, Sinclair, er ist auf unserer Seite und wird dich zu Eleanor führen. Leb wohl, Delta. Und viel Glück. Tja, sieh einer an. Der aufrechte Ritter. Komplett mit Dampfrost sozusagen. Ich heiße Augustus Sinclair, alter Junge. Esquire. Die alte Tennenbaum und ich haben ein gemeinsames Anliegen im Fontaine Hauptquartier. Das ist der Laden, wo du auch Eleanor Lamb finden wirst. Ich glaube, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Komm mit der Bahn zu Ryan Amusements. Bis bald. Sophia Lamb hat Rapture an sich gerissen und steckt hinter den Kindesentführungen an der Erdoberfläche. Ich erinnere mich nicht an diesen Namen, aber ihre Splicers zerstörten mein U-Boot und zwangen mich zu fliehen. Aber in diesem Ticketschanter hier bin ich sicher. Ich habe bereits ein paar von den neuen Little Sisters vor Lamb gerettet. Sie wollen alle wissen, wie wir nach Hause kommen. Ich wünschte, ich hätte eine Antwort darauf. Sie wollen alle wissen, wie wir nach Hause kommen. Ich frage uns auf dashuh admire. Ich trage uns auf das Geinkאת. Wir gehen und Novdatum, die Haus pictured.